ja servus miteinander und guten moin heute sind wir mal wieder eine andere aktion angesagt heute haben wir einen baum der die ganze zeit schon recht schief steht und beim winde mehr recht schwankt und blöderweise nicht ins grundstück rein sondern aus dem grundstück raus der muss heute weg und da nehme ich euch einmal mit also viel spaß dabei da die ganz hohe das ist das corpus delicti das muss weg bei sturm neigt sich die immer recht stark richtung nachbarn und bevor die mal oben in ein wohnhaus reinfällt muss die fallen das wird daraus anhängen aber kriegst du da nicht durch da ist ja dann genau der andere ein buch eigentlich fällt ja rein wenn uns nicht den winden eingibt ja der hinterer ja ja nicht der lange hücher und in die andere richtung in die kriegst du dann nicht ne wenn ich das do hier den wind kaput Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020